Hallo zusammen, wir stehen heute, ab heute moderierte Bahnübergänge, einige hatten sich das gewünscht, probieren wir es mal aus. Wir stehen an der RW 59 Dortmund-Soest, noch im Dortmunder Stadtgebiet, können die Vögel mal die Klappe halten, zwischen Abnerbeck und Sölde. Hier fährt alle halbe Stunde die Euronenbahn hin und her. Mit ein bisschen Glück kriegen wir vielleicht auch einen Güterzug, das wissen wir vorher nicht. Zur Anlage, die Kreuzung, die dahinter ist, hat keine eigene Ampel, ansonsten der Fußgängerweg hier vorne, der endet dann aber auf der Straße, das macht dann relativ wenig Sinn. Aber irgendeine EU-Norm wollte das wahrscheinlich so, alles im Bereich des Möglichen. Und ansonsten fernüberwacht aus beiden Richtungen, kurze Wartezeiten, elektronische Gong, paar schöne Schranken. Gute Unterhaltung, Nacht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020